In letzten Folgen Erklärt mir das! Das ist die Bresche. Ein gewaltiger Riss in die Welt. Vertrauen müssen. Nennt mir nur einen Grund, warum ich euch vertrauen sollte. Weil mein Leben auf dem Spiel steht. Was habt ihr gemacht? Varic Tethras. Schurke, Geschichtenerzähler und bisweilen auch unerwünschter Weggefährte. Mein Name ist Solas. Es freut mich, dass ihr noch am... Diesen Verbrecher nach Valroyo zu bringen, wo ihn seine Hinrichtung erwartet. Aber nicht der sicherste. Unsere Truppen können einen Ablenkungsangriff durchführen, während wir durch die Berge gehen. Ihr müsst sie warnen! Wir haben einen Eindringling. Ach! Mit dem ihre Heiligkeit nicht gerechnet hatte. Vielleicht starb dieser jemand mit den anderen. Oder er hat Verbündete, die noch am Leben sind. Hiermit erkläre ich die Inquisition für wieder eingesetzt. In Ordnung wiederherstellen, mit oder ohne eure Zustimmung. Helft uns die Sache in Ordnung zu bringen, ehe es zu spät ist. Hallo Leute und herzlich willkommen wieder bei... Dragon at Inquisition. Das bin ich wieder da. Euer alter Sack. Sacks. Und ja, bin wir an... äh... Blubräuber. Ich denke... Nix für früh, wo er macht. So, schauen wir mal. Oh, fein. 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 Ja, das hat sich. Ich glaube, der spät mal ladet. Nimm uns doch haltet an. Einer weniger! Ach Gott. Ach Gott. Jetzt sind wir mit der Arsch. Egal. Ah, was hab ich gemacht? Nimm uns das. Kein. Nimm uns! Nimm uns! Kein! Okay hier zu kommen ist eine sozusagen selbstmord und wir sind glaube Level 3 oder 4 das ist übertrieben schwer um das zu drachen zu besiegen noch dazu aber bis jetzt war haben wir alle voll oder nicht so schwer ich würde sagen wir gehen in andere Richtung hast ihnen diese fucking Okay wir sind da Ehhhhhhhhh also bin da ein bisschen verserbt Da sollte viel Es gibt nichts zu berichten, Sir. Schön. Ah, schon mit Eisen. Wahrscheinlich werden wir die Eisen sehr gebrauchen. Wir sammeln die Gerüter. Was ist das hier? Oh, was ist das hier? Cool. Okay, okay. Äh, ja, äh, ne, ne. Mein Nase juckt, das ist wunderschön und ich, äh, wohl, ja, so, ah, 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 ah. Alter! Sie haben nur Angst. Alle haben Angst. Oh. Hm. Drachenstein Hallo Sag ihr mir was? Nö Oh da springen wir runter Nö lieber nicht So Äh Was ist schon ein Cutter? Also das ist Weltkarte Also irgendwo anders Aber ich will nicht irgendwo anders gehen Ich will zu dieser fucking Tier gehen Also Zeichnen willst du mir hier? Leck mir an Genau Hallo Und weg da So Boah Diese Drachenstein Und dann Bringen sie nicht hier Also Kein Kein Gegner Ist auch nicht gut Finde ich Und Leider Und Leider Ich bin so weit gegangen Dass Salmus ist schon tot Und Gegner Und Alles Das ist gleiche Okay Kann ich nicht hin? Oh danke Aber ich habe keine Ecke bekommen Ich habe keine Ecke Ich habe keine Ecke Da war ich Und da unten Oder hier So Ich labere immer leiser Das ist schon scheiße für mich Das ist schon scheiße für mich Also Du Du kannst mir Kein Scheißtrick erzählen Du hast mir schon für alles verzählt Wie was du weißt Was ist diese rote Punkte am Scheiß Ja Voll geil Ja Ist jetzt aus wie die richtige Richtung Vermute ich Schön so ja Eisen Eisen Wollen wir jetzt Eisen haben Oh Für hier Na Gehen wir weiter Langsam Langsam Bin ich ganz nah Ja 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 Ich weiß Ich muss ein paar entdecken Dann werde ich Die alte Tür Oh Oh Obtun 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 Oh Ja, nice Rider, nice, nice, nice. Ja. Ja. zusammen hier wo irgendwo hier genommen blindern jetzt glaube ich habe ich geplundet oh 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 habe ich habe fuck was geht da noch ein Teil hier ist auch hier geht auf mich Wir sind da? Wir sind vorbeigegangen? Das sieht nicht so aus. Oh, das Leck jetzt. Das stimmt endlich. Was ist denn hier? Kann man das nicht aufmachen? Ja. So ein Scheiß kann man das nicht haben. Du bist der Schratzer und der Scheiß. Kann ich hier rein? Nö. Schade. Äh. Ja genau, was ist das? Oh, 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 ja, ja. Ja, ich glaube, ich weiß es nicht. Was ist das? Ja, das ist ein Scheiß. 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 Ja, das ist ein Scheiß.